Wahlmonate sind gute Börsenmonate, aber zum Wochenauftakt dieser Woche stach eine Meldung noch besonders hervor. Biontech und Pfizer haben offensichtlich einen Impfstoff, der zu 90 Prozent wirksam ist. Die Börsen weltweit feiern ein Kurs Feuerwerk. Jörg Scherer von der HSBC. Wenn wir jetzt mal schauen, mit der US-Wahlentscheidung war der DAX ja schon spielend über den September-Widerstand und auch über den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Aber das ist jetzt noch mal ein Kurs Feuerwerk, was so nicht zu erwarten war. Ordnen wir die Lage mal neu aktuell ein. Ja, hallo Frau Erhard. Die große Weichenstellung in der letzten Woche, die Rückeroberung der doppelten Durchschnitte, so hatten wir das immer umschrieben, also das Phänomen, dass 200 Tageslinie und 200 Wochenlinie in einem engen Kursband zusammenfallen. Und das war, glaube ich, der große charttechnische Befreiungsschlag, dass wir jetzt dann zu Wochenbeginn noch mal im Prinzip durch das Thema möglicher Impfstoffrückenwind erhalten. Das spielt uns natürlich dann in die Karten. Wenn man so ein bisschen ein kleines Haar in der Suppe finden möchte, dann ist es, dass wir jetzt binnen einer Woche 1600, 1700 Punkte von den Tiefs zugelegt haben. Aber das ist wirklich nur ein kleines Haar, denn unterm Strich muss man sagen, ist es jetzt die dritte Aufwärtskurslücke in den letzten sechs Handelstagen. Und das unterstreicht hier schon ganz klar die Ambitionen der Bullen. Okay, das heißt, wir reden demnächst auch wieder über ein neues oder wenigstens das alte Allzeithoch. Ja, wenn es in dem Tempo weitergeht, ist das vermutlich so. Vielleicht, und das mit ein bisschen mehr Zurückhaltung formuliert, muss man sich auch noch Ziele für die kommenden Wochen und Monate lassen. Aber Spaß beiseite. Ich habe es ja schon gesagt, diese doppelten Durchschnitte bei 12.200 Punkten, also Kombinationen 200-Tageslinie und 200-Wochenlinie, mit denen man eben gleichzeitig auch die vorangegangene Top-Formation negiert hat, das hat die charttechnischen Perspektiven doch deutlich verbessert. Und dann kann im Rahmen einer Jahresendrallye tatsächlich auch nochmal das alte Allzeithoch, sprich die Marke von 13.795 Punkten, ins Blickfeld rücken. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass es eine gesündere Entwicklung wäre, wenn man das Tempo der letzten Tage jetzt nicht ganz beibehalten würde. Der japanische Aktienmarkt hat uns da schon ein bisschen voraus. Der höchste Schlussstand im Nikkei 225 seit 1991. Ende Oktober begann da eine fulminante Aufwärtsbewegung. Die gab es schon immer mal. Aber meistens war bei 24.000 Punkten Schluss. Jetzt ging es zugleich relativ spielend weiter. Und was auch auffällt, eine relative Stärke zu vielen anderen Indizes. Und da haben die japanischen, überhaupt asiatischen Aktienmärkte die neuesten Impfstoffmeldungen ja noch gar nicht verarbeiten können. Wie erklärt sich schon überhaupt dieser große Zugewinn nicht nur die letzten Handelstage? Wir haben im Prinzip drei unterschiedliche Erklärungsansätze. Ich fange mal mit dem naheliegendsten an. Japan ist definitiv nicht heiß gelaufen. Das Allzeithoch ist hier noch ein ganzes Stück weit entfernt und eine ganze Investorengeneration kann sich an die knapp 40.000 Punkte im Nikkei gar nicht mehr erklären. Aus Anlegersicht ist der Blick gegen Japan also auch immer ein antizyklischer Blick. Und deswegen Japan definitiv nicht heiß gelaufen. Zweiter Erklärungsansatz haben Sie in der Anmoderation ja auch schon anklingen lassen. Die Corona-Fallzahlen sind in Japan nicht so dramatisch wie in den USA oder wie auch hierzulande in Europa. Und von dem her haben Sie an der Front vielleicht ein bisschen etwas leichteres Spiel. Und der dritte Erklärungsansatz vielleicht aus meiner Sicht mit einem Augenzwinkern der entscheidenden. Wir haben wirklich eine überzeugende Charttechnik vorliegen. Seit 2018 bei 24.000 Punkten in den letzten drei Jahren immer in schöner Regelmäßigkeit hat uns oder hat die Marktteilnehmer in diesem Dunstkreis der Mut verlassen. Diesen Deckel haben wir jetzt gelüftet, ein neues Mehrjahreshoch etablieren können. Die gesamte Kursentwicklung des Jahres 2020 kann damit als V-Formation interpretiert werden. Und das sorgt dann Charttechnik schon für ein Ausrufezeichen hinter die Bodenbildung der letzten drei Dekaden. Und einen letzten Pfeil hat der Techniker noch im Köcher. Das ist das Thema Saisonalität oder der Faktor Saisonalität von Ende Oktober bis Anfang Mai. Auf Basis der Daten seit 1990 ist der Nikkei traditionell stark, kann im Durchschnitt über die letzten gut 30 Jahre eben 5 Prozent zulegen im genannten Zeitraum. Und das ist sogar mehr, als er im durchschnittlichen Gesamtjahr zulegen kann. Da steht nämlich nur ein marginales Kursplus zu Buche. Also im Prinzip im Moment vielfach grünes Licht, wenn man nach Japan schaut mit einem ersten Anlaufziel bei 27.000 Punkten. 27.000 Punkte das nächste Anlaufziel. Okay, schauen wir an den Edelmetallmarkt, schauen wir auf Gold. Ungefähr drei Monate lang ging die Konsolidierung von Staaten. Ist da jetzt der Deckel hier gelüftet, sprich der Widerstand bei 1900, 1903 Dollar sozusagen weggeblasen? Ja, Frau Erhard, wir haben in den letzten Wochen und Monaten oftmals über den Konsolidierungscharakter beim Gold gesprochen. Gesunde Verschnaufpause, auch ein Gewöhnungsprozess, dass sich Investoren hier an das erreichte Kursniveau damit eben akklimatisieren müssen. Und genau dieser Prozess hat jetzt stattgefunden und der Sprung über die 38-Tageslinie und gleichzeitig damit verbunden die Vervollständigung eines kleinen Doppelbodens sind schon wichtige Mosaikteilchen für ein Ende dieser Verschnaufpause, was im Moment unser Basisszenario darstellt. Der Doppelboden, diese kleine untere Trendwende beinhaltet immerhin ein Anschlusspotenzial von 75 Dollar pro Unze, was eben die Hochpunkte bei rund 2000 Dollar pro Unze wieder kurzfristig in den Fokus rückt. Und perspektivisch, glaube ich, steht die Ampel so weit auf grün, dass wir das bisherige Allzeithoch von Anfang August bei 2072 Dollar durchaus ins Visier nehmen können. Okay, also doch noch Anschlusspotenzial und da ist die Luft offensichtlich noch nicht ausgegangen. Jörg Scherer von der HSBC, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, Jörg Scherer von der HSBC sagt, es geht ein bisschen schnell im DAX vonstatten nach der 1000-Punkte-Wally der Vorwoche. Jetzt nochmal mit dem US-Wahlsieg und der neuen Impfstoffhoffnung heute allein nochmal 800 Punkte obendrauf gesattelt. Nichtsdestotrotz sagt auch der Chart-Techniker, die Bullen scheinen das Heft in der Hand zu behalten. Ebenso in Japan. Der asiatische Aktienmarkt konnte auf die Impfmeldungen noch gar nicht reagieren. Aber hier sieht Jörg Scherer auch ein Anschlusspotenzial bis auf 27.000 Punkte. Wir erinnern uns, der Niki war in der Vergangenheit gerne mal an der 24.000-Punkte-Marke abgeprallt. Und auch bei Gold kannten wir eher eine mehr oder weniger laufende Konsolidierung. Aber hier scheint auch der Deckel gelüftet. Anschlusspotenzial 75 Dollar zunächst.